Mit dem neuen Zoom-Update kommen jetzt kollaborative Notizen in den Funktionsumfang. Was das genau ist, was man damit machen kann, wo die Einschränkungen liegen, zeige ich in diesem Video. Bleibt also dran, weiter geht's nach dem Intro, bis gleich. Wer seine Zoom-Software fleißig aktualisiert hat, wird gesehen haben, dass es eine neue Schaltfläche, eine neue Funktion in der Zoom-Konferenz gibt. Ich habe hier meine vorbereitet, einmal mit mir und einmal mit einer virtuellen Maschine, mit Windows und einer Zoom-Software. Und ich sehe, dass jetzt hier unten in der Menüleiste der Button Notizen hinzugekommen ist. Und darunter verbirgt sich auch das, was ich mir schon länger gewünscht habe, nämlich die Möglichkeit, in einer Videokonferenz kollaborativ an Texten arbeiten zu können, ohne das Zoom-Fenster verlassen zu können. Das kennen wir ja bei den Whiteboards. Auch hier mussten wir vorher immer ein Browser-Fenster irgendwie öffnen. Und das ist jetzt alles in der Zoom-Oberfläche möglich. Ich klicke also auf die Notizen, habe jetzt hier eine Übersicht über meine bestehenden Notizen. Da ich ja noch nichts habe, ist ja auch noch nichts da. Gut, aber ich habe jetzt hier die Möglichkeit, eine neue Notiz zu erstellen. Und die ist jetzt erstmal nach meinem persönlichen Meetingraum benannt, also nach dem Namen des Meetings. Und ja, zur Verfügung steht ein ganz gewöhnlicher Texteditor, wie wir ihn auch schon aus vielerlei anderen Anwendungen her kennen. Das heißt, wir können hier Text schreiben, wir können ihn markieren, wir können die Schriftart, die Schriftfarbe, die Textgröße verändern. Es stehen jede Menge Formatierungsmöglichkeiten zur Verfügung. Wir können Links eingeben, Text der Vorhebung, Textausrichtung und so weiter und so fort. Die entscheidende Funktion ist jetzt ja, dass ich mit den Personen in meiner Videokonferenz jetzt ja gemeinsam an diesem Dokument arbeiten möchte, was ganz praktisch ist. Einfach nur Beispiel Protokollführung bei einer Teamsitzung. Da musste dann mal jemand freigeben oder hat so geschrieben. Und so kann wirklich ein Protokoll kollaborativ auch geschrieben und auch ergänzt werden. Das heißt, ich gehe hier rechts auf diesen Freigabe-File und habe dann zum einen die Möglichkeit, die Notiz für einen einzelnen Kontakt oder auch für einen Kanal freizugeben. Man hat ja die Möglichkeit, mit dem Zoom-Messenger für ein Team zum Beispiel einen Kanal zu erstellen, was wir ja auch haben, das ist dann wie eine Gruppe. Und so könnte ich dann die Notiz für diese Gruppe freigeben, dass man auch unabhängig von der Videokonferenz darin arbeiten könnte. Ich möchte jetzt aber, wie gesagt, diese Notiz für das Meeting freigeben und klicke dann an Meeting freigeben und muss jetzt entscheiden, sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Zoom mitarbeiten können oder soll das nur angezeigt werden und soll verifizierten Teilnehmerinnen die Notiz auch nach dem Meeting zur Verfügung stehen. Und das ist auch eine ganz tolle Sache, weil ich bin dann nicht nur im Rahmen des Meetings an diese Notiz irgendwie, ich sage jetzt mal gebunden, sondern ich kann auch darüber hinaus oder zeitversetzt zwischen mehreren Meetings an dieser Notiz auch weiterarbeiten, kollaborativ mit den anderen Personen. Ich klicke also auf Notiz freigeben und in diesem Moment, jetzt schalte ich mal auf meinen anderen Monitor. Hier ist die virtuelle Maschine mit Windows und dem Zoom-Software. Hier bin ich nicht angemeldet, sondern anonym nehme ich als Gast teil ohne Lizenz und ich sehe jetzt hier die Einladung, Notizen zu machen. Ich klicke auf den blauen Button und schon öffnet sich jetzt das Notizfeld und ich kann jetzt zeitgleich mit mehreren Personen an dieser Notiz schreiben. Ich gehe nochmal zurück zu meiner Host-Ansicht, weil hier habe ich jetzt die Möglichkeit auch zu sehen, wer welchen Text hier geschrieben hat und kann dann natürlich auch die Texte entsprechend verändern, korrigieren, Änderungen vorschlagen etc. Möchte ich das bearbeiten, einer Notiz beenden, klicke ich dann hier oben einfach auf diesen roten Stop-Button und in diesem Moment steht die Notiz, den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern eben nicht mehr zur Verfügung. Eine in diesem Zusammenhang spannende Frage ist dann natürlich, wo finde ich meine Notizen, wenn ich mit dem Meeting fertig bin? Und auch hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Also zum einen im Zoom-Backend ist auch hier dieser Button mit Notizen dazugekommen und hier sehe ich auch schon direkt die Notiz, die eben im Meeting erstellt wurde und habe jetzt auch hier die Möglichkeit, direkt mit reinzuschreiben, zu verändern, abzuspeichern oder eben auch die Notiz weiter freizugeben. Eine andere Möglichkeit ist die Zoom-Software. Hier habe ich hier oben die Möglichkeit, über den Button Notizen auf meine Notizen zuzugreifen und direkt in der Zoom-Software mitzuschreiben. Eine richtig tolle Funktion, die allerdings, wie gesagt, ein paar kleine Einschränkungen mit sich bringt. Eine Einschränkung ist, dass dieses Arbeiten an Notizen nur möglich ist, wenn man die Zoom-Software verwendet, genauso wie das bei den Whiteboards möglich ist. Das muss man einfach wissen. Wenn, ich sage mal, jemand mit dem Browser mit dabei ist in der Videokonferenz, kann man ja über die Freigabe-Button auch einen Freigabelink erstellen und dann kann man eben in einem separaten Tab dann im Prinzip an den Notizen mitarbeiten. Aber auch hier, das Gleiche wie bei den Whiteboards, braucht man einen Zoom-Account. Also von daher ist es nicht wirklich für alle Szenarien geeignet und da muss man einfach entscheiden, trifft das auf mich zu, trifft das nicht zu, kann ich das nutzen oder nicht oder schließe ich letztendlich auch Leute aus, die aufgrund ihres Wunsches nach Anonymität oder eben können die Software nicht installieren etc. nicht teilnehmen können. Das sind Entscheidungen, die treffen wir im Vorfeld. Aber ich sage mal, wenn mir klar ist, im Team-Kontext, die Zoom-Software wird genutzt, ist das wirklich eine Top-Funktion, auf die ich sehr lange gewartet habe. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr eine Meinung dazu? Wie findet ihr die neue Funktion? Lasst uns mal darüber diskutieren. Ein toller Move von Zoom oder Ausschlusskriterium, weil nicht nutzbar im Browser. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich tierisch, mit euch zu diskutieren. Ansonsten alles Gute und bis bald. Tschüss. Schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt es mir in die Kommentare.